Der Vogel der Woche Heute der Pucki-Hund. Pucki-Pucki. Der Pucki ist ein Hund, nachdem der internationale Pucki-Tag am 4. April benannt ist. Genuin ist ein Zwergrepinscher der 1977er Quality-Zuchtserie, also aus Zeiten, wo Zwergrepinscher noch wirklich so klein sein durften. Heute müssen sie, wie alles aus Amerika kommende, mindestens doppelt so viel wiegen, aber damals waren 1700 oder 1800 Gramm Zwerghunde in der Zuchtreihe der Pinscher, zu denen unter anderem auch der stolze Dobermann gezählt wird, noch erlaubt. Der Pucki zeichnet sich durch mehrere eingebaute heisenbergische Unschärfen aus. In dem Moment, wo man ihn auf die Waage stellt, sieht man entweder die Zeit, in dem der Hund 1700 oder 1800 Gramm wiegt, oder man sieht das Gewicht, aber nie beides gleichzeitig. Die heisenbergische Unschärfe ist somit in Wirklichkeit ein matrizenmechanischer Tremor. Die zweite heisenbergische Unschärfe ist vielleicht eher unter dem »Schrödingers Katze im Karton-Phänomen« zu beschreiben. Der Pucki ist nämlich gleichzeitig nicht nur ein Zwergrepinscher, sondern auch ein Vogel, der Puckivogel, was erklärt, wieso er in beiden Büchern unter demselben Gattungs- und Artnamen auftaucht. Versucht aber bitte nicht, beide Bücher nebeneinander zu legen und das jeweilige Kapitel aufzuschlagen. Das würde die Quantenphysik sofort implodieren lassen, was dann wohl bedeutet, dass die Erde futsch ist und wir haben vielleicht noch 0,25 Sekunden, um von Bord zu gehen. Und die nächste Frage, wohin? Da der Autor weiß, was nun als nächstes passieren wird, zwei nebeneinander aufgeschlagene Bücher, wurde aber eine Notbremse eingebaut. Um den sofortigen Kollaps der bekannten Welt zu vermeiden, wird hier nur der entschärfste Singulär-Pucki beschrieben, welcher am 04.04.1977 geboren wurde und längst in die Schrödingersche Kiste eingegangen ist. Die Veröffentlichung des General-Pucki an dieser Stelle wird einer Zeit vorbehalten sein, in der irgendein beliebiger grenzdebiler Politschprallo der heutigen Bauserie mit zu viel Hoden im Kopf seinen Fettfinger auf den Atomraketenknopf legt und den runterdrückt. Hoden im Kopf ist übrigens eine Unisex-Krankheit, auch als cis-frauengendernde Politschprallos sind daher ausdrücklich mit in die Diagnose einbezogen.